Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du dabei bist. Ich heiße Max und ja, ich bin Melancholiker. Ich bin nicht nur melancholisch, manchmal bin ich auch ironisch, albern, wütend oder auch grenzenlos müde und keiner Emotion mehr fähig. Ich denke außerdem, dass es keinen größeren Hobel gibt für diese jugendlichen großen Gefühle als den Hobel des Alltags, des Berufsstresses, der Familienverpflichtungen und sonstigen Aufgaben und daran reibt sich die Melancholie und wird irgendwann ja auch verschluckt von so einem Alltagsgefühl. Aber wenn es möglich ist, dann genieße ich die Melancholie in mir, vor allem wenn ich Musik höre, spazieren gehe und grüble. Und heute geht es um melancholische Bücher. Ich habe euch einige hier rausgesucht, 15 an der Zahl. Mal schauen, ob wir wirklich alle kurz besprechen können. Davor brauchen wir allerdings noch eine Begriffsbestimmung, damit wir nicht aneinander vorbeiquatschen. Und der unnachahmlich große Victor Hugo hat eine wunderbare Begriffsbestimmung gebracht. Er hat nämlich geschrieben, die Melancholie sei das Vergnügen, traurig zu sein. Also einerseits ist da natürlich Trübsal, da ist die Schwermut, da ist Trauer, da ist unser Verständnis dafür, dass wir sterben werden, dass wir krank werden, dass wir Dinge verlieren und dass wir nicht alles erreichen, was wir uns wünschen. Na, das ist die negative Komponente, die auch ich natürlich immer noch erlebe und erlebt habe. Ich gehe immer noch gerne auf dem Friedhof spazieren, auch wenn viele das seltsam finden. Ich stelle mir dann vor, wie die Menschen gelebt haben vor 50 oder 100 Jahren. Wenn ich abends durch die dunklen Straßen spaziere, dann schaue ich total gerne in hell erleuchtete Wohnungen und stelle mir vor, wie es wäre, nicht ich zu sein, sondern diese Personen dort. Dort zu leben, deren Leben zu führen. Es gibt aber auch die andere Seite der Melancholie und das ist vielleicht die Fülle des Gefühls. Es ist die Begabung und es ist der Mut, eben tiefe Emotionen der Welt nicht nur anzuerkennen, sondern sich intravenös zu verabreichen, sich wirklich in die Gefühle zu legen, auch in die traurigen, aber natürlich so existenziell wichtigen Gefühle. Und das ist die andere Seite der Melancholie, also dass du die Trauer eben auch genießen kannst, dass du das Schwermütige und das Sehnsüchtige eben auch pflegen willst, weil es dir einen stärkeren Zugang zur Welt und auch zu den Mitmenschen ermöglicht. Melancholie ist für mich nichts Eskapistisches oder etwas nur Tristes. Es ist niemand, der unter der Bettdecke liegt. Es ist für mich eigentlich die Möglichkeit, Menschen auch kennenzulernen, indem ich versuche, allgemein menschliche Erfahrungen auszukosten. Natürlich sind Melancholiker keine großen Unterhalter. Sie erheitern, glaube ich, bei einer Party selten durch wunderschöne Kunststücke und Plaudereien, aber sie beobachten. Sie verarbeiten innerlich in Ruhe und das geben sie dann wiederum an die Welt weiter. Und von dem her glaube ich nicht, dass sich ein Melancholiker schämen müsste, seid stolz, melancholisch zu sein. Ich glaube, es sind auch nicht allzu wenige Menschen, denn die Erkenntnis, dass die Dinge nicht immer gut laufen und dass wir nicht all das haben, was wir uns wünschen, diese Erkenntnis erreicht uns alle irgendwann mal. Gut, dann kommen wir zu den Büchern. Ich hatte euch auch gebeten, mir bitte zweimal zu schreiben in den Kommentaren, was sind die zwei melancholischsten Bücher der Community. Und erstmal muss ich mich hier ein wenig rügen, denn meine Aufgabenstellung war denkbar unklar. Ich hatte euch ja gebeten, einen Kommentar oder ich dachte, ich hätte euch gebeten, in einem Kommentar ein Buch zu empfehlen, das dann eben auch per Daumen sozusagen hochgerankt werden könnte. Viele von euch haben allerdings in einem Kommentar mehrere Bücher empfohlen und dann wusste ich nicht mehr, ob sich der 8. oder 9. Daumen auf das 5. oder 7. Buch bezogen hat. Da muss ich also noch ein bisschen genauer an der Aufgabenstellung arbeiten. Eigentlich müsste ich es ja wissen, aber gut, man lernt nie aus. Sehr viele von euch haben sich John Williams Stoner gewünscht. Das ist also ein sehr melancholisches Buch, das ich doch bitte kurz besprechen sollte. Und ich stimme euch zu, dieses Buch hat mich vor 10 Jahren sehr getroffen. Ich war nach der Lektüre wund und sehr emotional. Ich habe es allerdings eher passiv gelesen, also ich habe nicht unterstrichen, ich habe nicht rausgeschrieben. Und das rächt sich jetzt, denn ich weiß nicht mehr allzu viel. Es geht aber um den Universitätsdozenten Stoner, der verheiratet ist, der eine Tochter hat, der auch Bekannte hat, der also eigentlich ein relativ glückliches Leben führen könnte. Es ist nicht ohne Erfolg. Immerhin ist er nur der Sohn eines Bauern. Und er arbeitet sich also in einer Zeit, als das noch nicht so selbstverständlich war, von einem Agrarlandarbeiter hoch zum Universitätsdozenten. Das ist ja durchaus ein Aufstieg. Aber John Williams webt jetzt um diese Erfolgspunkte immer wieder verschiedenste Situationen des Misserfolgs. An der Uni landet er in bestimmten Verstrickungen, er ist in Intrigen versponnen, ohne dass er die Hintergründe versteht. Seine Frau liebt ihn nicht mehr. Auch die Beziehung zur Tochter ist anstrengend. Eine Affäre scheitert. All das trägt dazu bei, dass wir ein starkes Gefühl dafür entwickeln, dass dieser Stoner nicht das Leben führt, das er führen könnte, das er führen möchte. Und das erinnert uns auf eine sehr subtile und feine Weise daran, dass wir alle das nicht tun. Dass wir alle ein vermutlich mittlerweile wirtschaftlich zumindest abgesichertes Leben führen. Dass wir meistens gesund sind, dass wir Bekannte und Freunde haben, dass wir eigentlich nicht klagen könnten. Aber unser Leben ist nicht immer nur okay. Oder hinter diesem Okay lauert das, das ist eigentlich nicht das, was du dir gewünscht hast. Und das auf eine so feinfühlige Weise eben auch literarisch umzusetzen, ist eine große Kunst. Ich möchte dieses Buch daher auch in diesem Jahr noch einmal lesen. Es ist kein Drama. Stoners Leben ist kein Drama, keine Tragödie. Es geht nicht um den Ausnahmezustand einer Psyche. Es ist dieses Alltägliche, dieses Millionenfache. Es ist okay, aber es ist nicht das, was ich wollte. Und das zu sehen in dieser komprimierten Form, das schmerzt. Ein weiteres Buch, das sich ganz viele Menschen gewünscht haben, ganz viele Abonnenten, von Franz Kafka, der Prozess. Auch ein starkes Buch. Josef K. wird eines Tages beschuldigt. Er habe etwas getan und er müsse sich dafür jetzt verantworten. Und er solle sich dafür entschuldigen. Es könne jetzt eine Strafe geben und so weiter und so fort. Alles im großen Konjunktiv gehalten. Alles im großen Irealis. Josef K. weiß einfach auch nicht genau, was er getan hat. Er versucht jetzt, der Sache auf die Spur zu kommen. Er versucht, sich auch abzusichern, eine Verteidigung aufzubauen, ohne dass er eigentlich weiß, was geschehen ist. Also es ist sehr undurchsichtig, sehr überfordernd und fast schon absurd. Und ich sehe ein, dass das ein starkes Buch ist und starke Emotionen eben auch auslöst. Aber für mich ist das offengestanden kein melancholisches Buch. Das liegt an einer Kleinigkeit, die aber für mich doch bedeutsam ist. Nämlich an der Tatsache, dass diese Verstrickung ja von außen ankommt. Durch eine Gesellschaft, durch politische Akteure, durch irgendeine Machtposition. Das Individuum ist also plötzlich unter der Fuchtel von größeren Kräften und versucht sich jetzt eben nach Kräften da freizuschaufeln. Aber es versteht einfach nicht, wie es in diese Machenschaften gelangen konnte. Und das ist für mich eigentlich nicht melancholisch. Nicht ohne Grund gibt es ja das Adjektiv des Kafkaesken, das ja entwickelt wurde, um diese ganz besondere Verflochtenheit und Verworfenheit des Individuums darzustellen, die eben nicht nur von einer allgemeingültigen Existenz geprägt ist, von Faktoren, die wir alle kennen, Einsamkeit, Tod, Krankheit, unerfüllte Wünsche. Das ist für mich melancholisch. Sondern es ist noch mehr. Es ist wirklich diese Struktur in der Moderne, die nicht mehr durchschaut wird. Es ist der aussichtslose Kampf gegen eine Übermacht. Und deswegen ist dieses Buch für mich ganz stark. Und ich verstehe, dass sehr viele dieses Buch eben auch sozusagen vor der Kameralinse haben wollen. Aber es ist für mich persönlich kein melancholisches Buch. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Yasunari Kawabata, Schneeland. Ein japanischer Klassiker und für mich ein höchst melancholisches Buch. Ein Mann trifft in einer Wirtschaft irgendwo in den japanischen Alpen im Hinterland eine junge Frau namens Komako. Sie ist an der Grenze angesiedelt zwischen einer Bardame, einer Unterhalterin, einer Gesellschafterin, vielleicht einer Eskortdame und einer Prostituierten. All das ist Komako vielleicht als Geisha. Das ist ja ein sehr unklarer Begriff. Ein kulturell für uns Europäer vielleicht auch nicht komplett aufschließbarer Begriff. Und diese beiden Personen treffen aufeinander. Sie sind voneinander angetan. Und jetzt entspinnt sich etwas, was Kawabata eben auch durch viele Auslassungen, durch viele Zeitsprünge als eine Annäherung markiert. Als eine sehr weich gezeichnete Annäherung voller Metaphern. Vor allem aber auch voller Abschiede und Begrüßungen. Also dieser Mann reist immer wieder zurück nach Tokio. Ich denke, er kommt aus Tokio und dann fühlt er sich aber von Komako wieder so angezogen, dass er wieder in diese Gastwirtschaft reist. Sie begrüßen sich. Und wehmütig wird es immer dann, wenn dieser Mann sich vielleicht überlegt, war das jetzt die Möglichkeit? Hätte ich jetzt etwas sagen müssen? War das die große Chance, ein Leben aufzubauen? Habe ich diese Chance verpasst? Was geschieht hier eigentlich? Ist es eine Liebesgeschichte? Darf es eine Liebesgeschichte sein? Das finde ich sehr weich gezeichnet, sehr wehmütig häufig, melancholisch. Eine wunderschöne, für mich nicht immer verständliche, aber dennoch sehr starke Geschichte. Eine Gegenwartsgeschichte von Benedikt Wels, einem deutschen Schriftsteller, habe ich hier vom Ende der Einsamkeit. Ihr wisst vielleicht, dass ich mit Heartland wenig anfangen konnte. Das war mir zu weichgespült, so einfach schwülstig auch. Das war mir kitschig. Aber das hier hat mir noch gut gefallen. Auch wenn ich hier schon einige Spurenelemente dieses, sagen wir mal, überbordenden Sentiments auch gesehen habe. Also ja, von Kitsch ist dieses Buch auch nicht komplett frei. Aber es ist doch, finde ich, wehmütig. Und es hat mich in vielen Stellen gepackt, auch weil es sprachlich noch poetisch und lyrisch ist. Es geht um drei Geschwister. Es geht um Jules, Liz und Marty, deren Eltern zu Beginn bei einem Verkehrsunfall sterben. Und das Leben dieser drei wird auch geprägt von Krankheit und Tod sein. Viele vertraute Partner sterben. Und dadurch ist dieses Buch eine wichtige Auseinandersetzung mit dem Verlust, mit der Frage, wie wir damit umgehen, wenn unser Ehepartner stirbt, wenn jemand an Alzheimer erkrankt. Was machen wir dann, wenn das Leben von manchen Menschen abgleitet, in das Nichts driftet? Aber wenn wir zurückbleiben, was wird dann aus uns, aus unseren Erinnerungen? Hilft uns da vielleicht die Musik auch, um bestimmte Zustände zu aktivieren? Wollen wir das denn überhaupt? Ich möchte das. Ich höre mir in solchen Momenten, in denen ich mich vielleicht auch verletzlich fühle, total gerne Joy Division an oder Radiohead. Ich mag das total gerne, wenn mein Herz auch mal blutet, wenn ich etwas rauslassen kann. Und dabei helfen mir natürlich auch solche Bücher, die an manchen Stellen wunderschön geschrieben sind, auch wenn, wie ich jetzt hoffentlich leicht angedeutet habe, hier schon manches auf eine gewisse Manipulation des Lesers hinausläuft, was er dann in meinen Augen in Heartland noch etwas stärker macht. Da sind dann die Figuren häufig auch eher Schachfiguren, um halt auf die Tränendrüse des Lesers zu drücken. Aber in diesem Buch hat mir das noch insgesamt ganz gut gefallen. The Catcher in the Rye von J.D. Salinger ist für mich auch ein melancholisches Buch, was erstmal irritiert und verwundern könnte, weil es ja ein jugendlicher Holden ist. Aber wir werden das noch häufiger sehen oder manches Mal sehen, auch jugendliche Protagonisten können eine Wehmut erzeugen. Was aber ja eigentlich seltsam ist, denn zumindest in meinen Augen ist eine Melancholie vor allem dann gegeben, wenn man vielleicht erkennt, man hat etwas noch nicht erreicht und man wird etwas vermutlich auch nicht erreichen können. Oder man hat sehr viele Verluste gemacht. Aber man würde ja erwarten, bei einem 16-Jährigen im Normalfall hat der noch nicht so viel verloren. Aber Holden kommt in dieser Erwachsenenwelt an, in den USA der, ich weiß gar nicht, 50er Jahre vielleicht. Oder 40er, 50er Jahre. Und er erkennt, dass die Erwachsenen oberflächlich, phony, irgendwie falsch sind. Und er fühlt sich dort einfach nicht beheimatet. Und das erzeugt natürlich eine starke Schwermut, eine Traurigkeit. Eine fehlende Heimat. Ich glaube, damit kann sich jeder Leser identifizieren. Und brutal für mich, also brutal in einem positiven Sinne, wurde es, als dann die Schwester Phoebe auftaucht. Und an der Stelle musste ich Salinger einfach nur massiv großen Tribut zollen. Ich musste mich vor ihm verneigen, für die Fähigkeit, Dialoge aufzuziehen. Das ist wunderbar, wie sich die Gefühle in wenigen Zeilen eben auch offenbaren. Phoebe liebt ihren Bruder, sie erkennt dessen Schmerz. Sie möchte ihm etwas Gutes tun, ist aber natürlich aufgrund ihres Alters dazu gar nicht in der Lage. Aber das sind ganz, ganz berührende Momente. Es gibt auch eine Lehrerfigur. Dieser Lehrer sagt, Holden, in der Literatur kannst du finden, was du suchst. Viele Schriftsteller haben das, was du gerade durchleidest, eben auch schon erlebt. Sie haben darüber geschrieben. Sie haben ihre Heimatlosigkeit. Sie haben ihre Trauer zu Papier gebracht. Und davon kannst du profitieren. Und auch das ist für mich melancholische, tolle US-amerikanische Literatur. Weiter geht es mit US-amerikanischer Literatur. Es geht um Giovannis Zimmer von James Baldwin. Ich habe dieses Buch schon einige Male in die Kamera gehalten. Auch bei der Frage, welcher Kenntnis ich gewonnen habe. Und ich habe gesagt, es sei eben der Kampf innen und außen. Und auch das ist letztlich jetzt gerade gewinnbringend für diese Frage, warum es so melancholisch ist. Naja, es geht ja um David. Er ist unser Ich-Erzähler und er erinnert sich an Giovanni. Er sitzt zu Beginn der Handlung in seinem Haus, in einem Miethaus in Südfrankreich und erinnert sich an seine große Liebe Giovanni, die er aber aus Feigheit oder auch aus gesellschaftlichen Gründen hat über die Klinge springen lassen. Genau darauf eingehen will ich nicht, aber er denkt jetzt einfach darüber nach, was er verloren hat. Dieser unfassbare Verlust. Die große Liebe war da und dann nicht mehr. Und warum ist das jetzt so melancholisch? Es ist, denke ich, die Erkenntnis, dass wir diese Kämpfe häufig verlieren. Dass wir manchmal machtlos sind im Angesicht der Konformität der Gesellschaft, des Gesellschaftsdrucks. Wenn die Welt noch nicht bereit ist für Homosexualität, wenn du angefeindet wirst aus Bigotten, aus religiösen oder aus kleinkarierten Gründen, dann kannst du dich in aller Regel nicht dagegen wehren. Und ich will jetzt David gar nicht von jeder auch individuellen Schuld freisprechen, denn ich denke, dass es durchaus mutigere Männer auch gegeben hat und es gibt in diesem Roman auch einige. Aber dennoch verstehen wir alle, in welcher unglaublichen Situation David war. Aber was Giovanni erleiden wird, ist natürlich noch weit schlimmer. Ein berührender, ein trauriger, ein deprimierender Roman, aber der gerade deshalb, denke ich, wichtig war, wichtig ist und wichtig sein wird. Selbe Statement in der Bewertung trifft zu auf Marleen Haushofers österreichischen Klassiker, die Wand. Ich vermute geschrieben in den 60er oder 70er Jahren. Ich bin mir gar nicht sicher, sorry Leute, ich konnte jetzt auch nicht groß nochmal in die Einzelrecherche gehen. Ja, eine junge Frau ist plötzlich mit einigen Tieren alleine in der österreichischen alpinen Welt. Vor ihr tut sich nämlich eine unsichtbare Wand auf, ohne dass jetzt genauer bestimmt würde, was es mit dieser Wand ja auf sich hat und wie die entstanden ist und warum das dort ist. Sind das Aliens? Das wohl eher nicht. Aber was wichtig ist, diese Frau lebt in dieser Natur mit Tieren, um die sie sich wirklich liebevoll kümmert. Sie kümmert sich auch um das Chalet, um das Haus dort. Sie ist sehr fleißig, sie arbeitet eben hart, sie muss sich um die Tiere kümmern und so weiter und so fort. Und eigentlich hat sie eine Art von Naturidylle dort. Sie ist abgewandt von allen Menschen, zumindest lange Zeit, aber sie reflektiert hin und wieder auch über ihr altes Leben. Sie hatte einen Ehemann, sie hatte zwei Töchter und sie denkt eigentlich im Sinne, von größter Wehmut, im Modus von hoher Melancholie zurück. Offenbar hat vieles nicht funktioniert, sie war nicht glücklich. Sie konnte keine Beziehung herstellen zu den Menschen. Und dieses Buch ist dadurch so melancholisch, so schwermütig, weil wir einerseits den großen Kampf dieser Frau jeden Tag miterleben, wie großartig sie das macht, wie selbstlos sie sich aufopfert und warum musste sie dann früher so leiden. Diese zwei Dinge passen nicht zusammen. Wie kann ein Mensch, der, ich sag's mal verkürzt, so rein ist, so gutherzig ist, so offenherzig ist, der so engagiert ist und sich eben auch verantwortlich fühlt für andere Wesen, wie kann der nicht ankommen in einer Welt? Und diese Erkenntnis ist letztlich dann, ja wie eine Bombe, letztlich auch der Melancholie für mich, auch des Schmerzes, natürlich auch der Gesellschaftskritik, auch des Feminismus, aber definitiv auch ein sehr melancholisches Buch. Ein weiteres Buch aus Japan von Haruki Murakami. Hatten wir schon eins aus Japan? Ich glaube, ich habe die Reihenfolge noch. Ja, natürlich, wir hatten schon den Klassiker. Haruki Murakami, natürlich auch ein moderner Klassiker. Naokus Lächeln. Ja, mit Murakami werde ich ja nicht immer warm, aber dieses Buch war definitiv eine heiße Liebe für mich. Einige, vor allem junge Menschen, werden hier porträtiert. Das sind Studenten oder im studentischen Milieu irgendwie angesiedelt. Da ist Toru, ein junger Mann, der eben ja sich zurückerinnert an seine Beziehung, an seine Freundschaft zu Naoko. Auch Hidori spielt noch eine Rolle, auch eine weitere Frau. Ich glaube, sie heißt Reiko. Also es gibt sehr viele Personen, Hatsumi unter anderem auch. Und das Besondere ist, dass die aufeinandertreffen, übrigens so im studentischen Milieu auch der 60er Jahre, also auch gesellschaftliche Umstürze und Bewegungen spielen am Rand eine Rolle. Literatur spielt immer wieder eine Rolle, die Musik. Und allein schon, dass zu Beginn dieser Toru Ende 30 ist, also ein älterer Mann. Ich habe mal von einer 40-jährigen Frau gesagt, sie sei eine ältere Frau. Das war allerdings bei Hermann Bang nur im Kontext der Ballerina übrigens. Aber gut, dann bezeichne ich mich halt selbst auch als alten Mann. Und der erinnert sich ja an das. Allein das ist schon immer sehr wehmutsverdächtig. Er erinnert sich wehmutsverdächtig. Er erinnert sich an diese Freundschaft früher. Denn Naoko ist alles andere als gesund. Sie hat sehr viele Probleme. Sie landet dann auch in einer Psychiatrie. Das kommt zu vielen zarten Versuchen, einander zu helfen. Und das ist, würde ich sagen, auch durchzogen von einer, nicht unbedingt von einer Hoffnungslosigkeit oder von einer Aussichtslosigkeit, aber von einem Verständnis dafür, dass bestimmte Personen eben nicht alles ihrer Psyche offenlegen wollen oder können. Und dass es dadurch anderen Menschen auch schwerfällt, da Hilfestellung zu leisten. Ja, wir wollen für Freunde natürlich auch eine Art von Ersatzpsychologe sein. Aber wir können das nicht, wenn die Verletzungen entweder so schwerwiegend sind, dass sie nicht kommuniziert werden können. Oder wenn sich vielleicht auch sehr introvertierte Personen zusammenfinden. Und dann dient halt die Musik, vor allem auch die Beatles-Musik und das dient auch die Kunst und die Literatur, dann dazu hier eine Art von Stimmung aufzubauen, von Hilfe, von Referenzen, dass man in diesen Kunstwerken etwas sucht, was man im Leben auch fühlt oder vielleicht fühlen sollte, was man sucht. Und das hat mir gefallen. Ja, das hat mir gefallen. Das ist, wie ihr jetzt merkt, vielleicht auch keine besonders plotgetriebene Geschichte, aber eine, die vor allem von diesen Beziehungen zueinander lebt und die mich da schon sehr gut abgeholt hat und berührt hat. Wir machen weiter mit japanischer Literatur. Yoko Ogawa, Insel der verlorenen Erinnerungen, das Buch habe ich gerade beendet. Es geht hier tatsächlich eben um eine Insel, um einen offenbar hermetisch abgeschotteten Inselstaat. Menschen leben auf dieser Insel und die verlieren einfach nach und nach Dinge. Das will ich jetzt nicht genauer ausführen. Diese Dinge verschwinden. Zunächst verbrennen sie sie, zum Beispiel Rosen oder irgendwelche Fotos oder Äpfel. Und dann sind sie offenbar aus dem Gedächtnis getilgt. Aber nicht bei allen Menschen. Einige Menschen können sich aus nicht näher definierten Gründen noch an alles erinnern. Und auch das ist natürlich per excellence, schwermütig und melancholisch. Die Welt verschwindet. Das kulturelle, das menschliche Gedächtnis löst sich wie in der unendlichen Geschichte in nichts auf. Alle großen Kunstwerke, alle Bücher verpuffen und niemand kann sich erinnern. Es tut ja wirklich förmlich weh, das zu lesen. Es ist ja schmerzhaft, durch diese Zeilen zu gehen und zu sehen, dass diese Schriftstellerin, diese Ich-Erzählerin nicht mehr schreiben kann. Dass sie alles verloren hat, weil sich irgendwann halt auch die Tinte auflöst. Oder der Roman existiert eben nicht mehr. Und dann hat sie auch keine Form mehr für ihre Erinnerungen, für ihre Erfahrungen. Und das ist sehr berührend, durchaus. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum es diese Erinnerungspolizei gibt, die alles überwachte. Die hat eigentlich keine Funktion. Und deshalb würde ich hier, auch anders als bei Kafka, nicht davon sprechen, dass das Kafkaesk ist. Obwohl es ja eben auch diese große staatliche Organisation gibt. Aber da die keine Funktion hat, ist es wirklich dieser sozusagen uns allen bekannte Prozess, dass man Dinge verliert. Also manchmal schaue ich mir Bilder an von der Grundschulzeit und ich merke, ich habe Dinge vergessen, die jetzt plötzlich wieder aufleuchten. Ich habe vergessen, dass das ein guter Freund von mir war. Oder wenn ich diesen Pulli sehe, dann erinnere ich mich an eine Situation mit meiner Schwester und meiner Mutter. Ja, das ist wunderbar. Und diese Dinge vergessen wir leider. Wir verlieren sie. Und ich glaube, dafür ist dieses Buch eine gute Reflexionsmöglichkeit. War für mich übrigens keine ganz, ganz große Literatur. Hat mir nicht hundertprozentig gefallen, aber insgesamt melancholisch, treffend, hat mein Geschmack gefunden. War halt eine Unterhaltungsliteratur. Chingiz Eidmatov, Der Weiße Dampfer. Ich habe dieses Buch noch und nöcher in die Kamera gehalten. Letztens hat mich schon meine Mutter darauf angesprochen, warum ich denn Der Weiße Dampfer immer wieder in die Kamera halte. Also es hat sie jetzt gar nicht irgendwie kritisch gemeint. Sie meinte nur, sie müsse dieses Buch dann auch mal lesen. Ja, das musste auf jeden Fall. Das muss jeder. Dieses Buch ist auch melancholisch, denn der Großvater Momun wirft sich einfach für seinen Enkel in die Bresche. Er versucht alles, aber es klappt einfach nicht. Denn diese kirgisische Gesellschaft löst sich auf. Die alten Strukturen, die alten Verbindungen zur Natur, zu den Maralen, also zu diesen großen Hirschen, zu den Bergen, zu den Wäldern. All das geht verloren in einer sowjetischen Gesellschaft, die auf ganz andere Prinzipien achtet. Es geht plötzlich um Eigennutz, es geht um Kapital, es geht um die Abholzung. Und der Großvater möchte für seinen Enkel eine intakte Welt aufrechterhalten, nachdem sich schon die Eltern des Jungen abgesetzt haben. Aber es klappt nicht. Es wird nicht klappen. Und der Junge erträumt davon, dass er selbst zu einem Fisch werden könnte. Also er möchte raus aus seiner Haut. Er will seine Identität hinter sich lassen, um in diesen See hinzukommen, wo er seine Eltern vermutet. Das ist so traurig. Es ist so wehmütig, so melancholisch. Und wir sind noch nicht mal bei dieser so schrecklichen Endphase angelangt, durch einfach wirklich nur das Hirn spaltet. Also eine großartige Lektüre, auch in melancholischer Hinsicht. Ja, und dann vielleicht auch mal eine echte Entdeckung. Also zumindest ein Buch, das ich, glaube ich, noch nicht in die Kamera gehalten habe. Und das definitiv komplett melancholisch ist. Wirklich, dass vielleicht sozusagen als Arbeitsauftrag den Titel hatte oder als Arbeitstitel des Romans hatte Walter Kappacher vermutlich zunächst mal stehen. Die Melancholie. Und dann hatte daraus noch gemacht der Fliegenpalast. Denn das ist eine Geschichte um Hugo von Hoffmannsthal, als der etwa 50-jährig in Fusch residiert, in einem Kurort in den Salzburger Alpen. Und sich dort eben jetzt an alles erinnert, was er dort als jüngerer Mann mal erlebt hat. Hugo von Hoffmannsthal war ja ähnlich wie Rimbaud ein frühvollendeter, einer, der mit 16 schon geschrieben hat. Und das ist angefüllt mit Ideen rund um Veränderungen. Veränderungen, vor allem auch technischer Natur. Denn jetzt ist es in diesem Hotel viel lauter. Früher war man da wahrscheinlich noch etwas andächtiger. Man hatte sozusagen noch mehr Contenance. Es ging noch darum, gesellschaftliche Werte eben zu vertreten. Eine Ruhe, vielleicht auch eine distinguierte Ruhe. Ja, und jetzt ist alles hipper, alles ist lauter. Die Autos kommen dazu und das gefällt ihm nicht. Also da ist auch eine Melancholie allein schon gegenüber dieser Waren- und Konsumwelt und gegenüber den Dingen. Dann aber natürlich auch gegenüber der früheren Position, dass er da noch geschrieben hat, dass er noch ein großer Dichter war. Ein, ja sozusagen ein unbekümmerter, ein unbekümmerter, frischer Geist, der noch hinaus wollte, der einfach Lyrik produziert hat, weil er sie gefühlt hat. Weil alles Leben, Gefühl war, Emotion, auch mit seinen anderen Dichterkollegen. Und jetzt ist vieles davon verloren gegangen. Natürlich auch nach der großen Tragödie des Ersten Weltkriegs, für die er sich zum Teil auch verantwortlich macht. Er sagt zumindest, dass er auch einer von diesen euphorischen, kriegsbegeisterten Idioten war. Auch er versteht jetzt nicht mehr eben 1925 etwa, warum er damals so kriegsbegeistert sein konnte. Also es ist eben auch eine Abrechnung und Melancholie ist ja häufig auch eine Abrechnung. Was habe ich falsch gemacht? Warum habe ich damals das getan? Ich hätte das nicht tun sollen. Hätte ich mich anders verhalten, mein heutiges Leben wäre schöner. Die Sonne würde auch auf mich scheinen. Übrigens habe ich mir dann bei Hugo von Hoffmannsthal auch mal, ja sozusagen die Wikipedia-Seite angeschaut. Und ich habe etwas ganz Erschreckendes gesehen. Hätte ich nicht gewusst, dass es Wikipedia ist, ich hätte gedacht, das ist fingiert. Es ist ein Roman. Denn dort stand, dass sein Sohn sich umgebracht hat. Er hat Suizid begangen. Zwei Tage später oder wenige Zeit später war seine Beerdigung. Hugo von Hoffmannsthal hat sich gerade auf den Weg machen wollen zur Beerdigung seines Sohnes. Und er leidet, eine Herzattacke und stirbt. Ist das nicht heftig? Du stirbst, weil du es nicht ertragen kannst, deinen Sohn zu beerdigen. Also eigentlich selbstverständlich. Natürlich, wir würden alle sagen, ja genau das geschieht. Aber dass das wirklich passiert, dass das Herz wirklich bricht oder zerrissen wird. Seine Funktion verliert im Angesicht dieses seelischen Schmerzes. Ja, sorry Leute, ich weiß, es ist gerade ein bisschen trist. Aber der Fliegenpalast ist auch sehr, sehr melancholisch und gut. Heinrich Böll, Ansichten eines Clowns. Ihr wisst es, auch dieses Buch liebe ich, denn es ist die Erinnerung an die Marie. An die Freundin Hans und Marie waren ein Paar. Allerdings litt Marie irgendwann unter einer metaphysischen Obdachlosigkeit. Ein metaphysischer Schauer durchrieselte ihren Körper, als Hans ihr sagte, er wolle die möglichen Kinder nicht christlich-katholisch erziehen. Denn Marie gelangt bald in die Fänge von Katholiken, die ihr eben sagen, diese offene Beziehung zu Hans sei eigentlich verworfen. Sie komme da, wenn sie weitermache, in die Hölle. Ja, und Hans ist ein Clown. Der Clown ist natürlich auch das perfekte Bild für etwas Tragikomisches. Der traurige Clown, der hier abgebildet ist, der übrigens in der vielleicht schönsten Stelle dieses Buches in der Badewanne sitzt. Und ich muss hier einfach nochmal betonen, diese Sätze haben mich nach der Erstlektüre mit 18 nicht mehr verlassen. Es gibt ein schönes Wort. Nichts. Denk an nichts. Nicht ein Kanzler und Katholon. Denk an den Clown, der in der Badewanne weint, dem der Kaffee auf die Pantoffeln tropft. Sehr melancholisch, sehr, sehr schön. Und da ist nicht nur die Beziehung übrigens zu Marie, die dieser Hans natürlich auch retrospektiv verarbeitet. Also abermals erinnert sich da jemand an etwas Verlorenes. Nein, es ist auch die Erinnerung an die Schwester Henriette, die von den Eltern völlig sinnlos nochmal an die Front zur Flak geschickt wurde, damit die noch das Vaterland verteidigt, das natürlich nicht nur moralisch schon längst erkannt, in seiner Bösartigkeit erkannt worden war, sondern das auch verloren war 1945. Grausam, großartig, tolle deutsche Literatur, auch der, was, der 60er Jahre, denke ich. Ich mag ja Heinrich Böll sehr gerne. In einem vorigen Video hatte ich ja schon erwähnt, dass ich Kindheit von Tove Ditlefsson auch sehr melancholisch und toll fand, dass mir hier gerade diese melancholische Sicht auf die Dinge einfach so gut gefallen hat, wenngleich es mir keinen Spaß gemacht hat, es hat mich berührt, es hat mich traurig gemacht und an manchen Stellen auch einfach nur wütend. Denn die Mutter erkennt nicht, dass Tove ein Kind ist und das auch sein darf. Die Mutter möchte eigentlich, dass Tove eine Erwachsene ist. Denn hier heißt es, ich denke immer, meine Mutter wird mich mögen, wenn ich erst einmal erwachsen bin, so wie sie Edwin mag, den Bruder. Denn meine Kindheit irritiert sie genauso sehr wie mich selbst. Die Mutter zerstört ihr also eigentlich jede Möglichkeit, dieses Kindsein auskosten zu können. Und wenn es wirklich stimmt, dass Tove als Kind schon wusste, also reflexiv wusste, dass sie ein Mädchen ist, dass sie ein Kind ist, dann wäre das tief erschütternd, dann wäre das so traurig, weil natürlich alles das, was möglich ist als Kind, nämlich naiv sein, Fragen stellen, übermütig sein, rumtollen, sich auch mal die Knie aufschlagen, du darfst als Kind noch ungebildet sein, du musst noch nicht gut sein in irgendwelchen Dingen. Dass all das von der Mutter nicht irgendwie verboten wurde im Hinblick auf, ich möchte, dass du so und so später wirst, sondern so wie du bist, bist du einfach nicht richtig. Kannst du bitte aufhören, ein Kind zu sein? Das macht mich so wehmütig, es macht mich auch so traurig und ist natürlich durchzogen von Melancholie. Was hätte denn werden können aus dieser Tove Dittlesen, wenn die Mutter ihr ein bisschen mehr Liebe entgegengebracht hätte? Es heißt dann nämlich auch weiter, dann spricht sie mit mir wie mit ihren Freundinnen und Tante Rosalia und ich achte sehr darauf, meine Antworten so knapp wie möglich zu halten, damit ihr nicht plötzlich doch wieder auffällt, dass ich nur ein Kind bin. Psychologisch lässt das durchaus tief blicken, denn nach meinem Eindruck ist Tove Dittlesen in den späteren Teilen dieser Romanreihe häufig unempathisch. Häufig ist sie sehr knapp, wenn es darum geht herauszufinden, wie die Beziehung zu anderen Personen ist, was ihr selbst auch guttun würde. Manchmal ist sie einfach nur autoaggressiv, gerade wenn es um die Sucht geht, wenn es um ihre Ehen geht. Auch wenn es um die Schriftstellerei geht, ist sie häufig knapp formulierend. Und dass das natürlich auch an dieser Beziehung zur Mutter liegen könnte, macht uns Kindheit deutlich und damit ist es auch ein sehr melancholischer Blick auf die Kindheit. Ja, kurz erwähnen, jetzt nicht mehr ausführen möchte ich noch zwei Werke. Einmal von Hermann Hesse, der Steppenwolf. Auch das ist für mich tief melancholisch, weil ein Künstler sich eben nicht heimisch fühlt in dieser so jazzigen, so modernen Gesellschaft, die in den Augen dieses Künstlers Harry Haller oberflächlich geworden ist. Er findet dort einfach keinen Ankerpunkt, er fühlt sich dort intellektuell auch nicht aufgehoben. Für ihn ist die Heimat das Verlorengegangene, das Untergegangene, das alte Deutschland vielleicht mit Goethe, mit Schiller, mit Kant. Und diesem Deutschland fühlt er sich verpflichtet und das ist natürlich gerade zu Beginn auch durchzogen von Melancholie, auch später als er dort dann auf dieses magische Theater trifft. Da wird sich das dann vielleicht auch vom Stil her ein bisschen verwandeln, aber das Buch ist definitiv auch sehr, sehr melancholisch durchdrungen. Und ähnliches gilt wohl, ich muss das so vage formulieren, für den kleinen Herr Friedemann, denn das haben einige von euch geschrieben und ich habe mir die Geschichte jetzt noch mal halb durchgelesen, ist ja relativ kurz und ich muss schon sagen, ja, ihr habt recht. Der kleine Herr Friedemann ist eine kurze Erzählung, hat etwa 80 Seiten und es geht dort um einen Mann, der ja vielleicht ähnlich wie bei Stoner eigentlich ein relativ unauffälliges Leben führt und ähnliches gilt für Herrn Friedemann, der kurz meint, er könnte aus seinem Tristen, aus seinem passiven Leben heraustreten, aus diesem ungefährdeten Leben auch, der vielleicht mit Gerda von Rinnlingen eine Liebe finden könnte. Ja, Freunde der gepflegten Melancholie, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls das so ist, dann lasst mir gerne einen Daumen da, damit ich weiß, dass ich ein ähnliches Themenvideo auch wieder drehen kann mit einem anderen Thema. Ja, falls jetzt irgendein Buch dabei ist, bei dem ihr sagt, das ist doch nicht melancholisch, Max, das ist super witzig, du hast es einfach nicht verstanden, dann schreibt mir das gerne auch in die Kommentare oder falls ein melancholisches Buch auf jeden Fall auch noch erwähnt werden muss. Ich freue mich auf eure Reaktion, ich freue mich darauf, dass wir uns bald wiedersehen und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, macht's gut, bis bald, ciao, ciao.